willkommen zurück zu einer neuen folge let's play minecraft und ja seit der letzten episode beziehungsweise meine ersten episode habe ich sehr lange nachgedacht und ich versuche jetzt wirklich deutsch zu sprechen das war ja voll der fail erste folge ich wollte gerade episode sagen aber ich denke mal das wird sich dann so langsam einpendeln und wir haben nacht ich habe keine ahnung wieso ich nachts hier rumstehe aber zum anderen wollte ich sagen ich habe die das wehende gras und die bäume wieder drin mit dem shader so und zum anderen habe ich erste episode gesagt ich werde niemals ein kleines häuschen bauen weil ich sofort mit meinem haus anfangen wollte aber ich muss sagen ich glaube ich werde sterben ja ich meine natürlich minecraft also ich weiß nicht was ihr jetzt gerade denkt aber ja und zum anderen werde ich das eng die englischen wörter glaube ich erstmal drin lassen ich habe mich da so dran gewöhnt und ich brauche mehr von dem anderen holz war das denn noch von holz fichtenholz war das glaube ich aber ich werde jetzt erstmal hier von jeder menge machen hallo shift ah hallo ich meine ich auch ja ich glaube hier haben wir noch ein bisschen fichtenholz das hat mir nicht gefallen da haben wir es und dann werde ich nämlich da mal gucken ich habe die textur geändert ach mensch shift kann nicht so schwer sein gucken wie sie jetzt aussieht die sollte dunkler sein mit dem shader sieht die natürlich heller aus muss ich noch mal ändern ich bin in einer millisekunde wieder zurück naja scheint wohl nicht wirklich so funktionieren oder ist schon dunkler geworden ich bin mir nicht so sicher wie auf jeden fall werde ich da auch mit mein haus bauen vielleicht ich weiß noch nicht ob ich stein benutze oder holz wir haben noch eisen drin haben wir noch kohle und ja da kann gleich fackeln machen wenn wir noch ein paar stöcker ich werde heute einfach mal ein bisschen langsamer sprechen vielleicht kann ich dann vernünftig deutsch sprechen oh man das ist eine schande ich meine ich hätte schon mal stein geschmolzen aber das sieht jetzt nicht denn aus wenn ein paar okay dann werde ich mal eben ein kleines häuschen und wir können das auch mit oder sollen wir dreck nehmen das ist holz guck mal wie dunkel das hier aussieht und nicht in dem ach das ärgert mich das ärgert nicht so machen wir mal eben hier ein häuschen muss ja gar nicht mal so schön werden so es reicht schon und hier einmal so zombie zombie das ne das gehört dann nicht hin aber der schede macht das sowieso alles ein wenig heller dass man jemanden fenster hier noch eins und zu hat sich jetzt auch voll gelohnt es wird ja auch schon wieder sowas von hell draußen tagsüber jetzt wollen wir nur noch eine tür die brauchen wir sowieso später also stell dich nicht so an andersrum scrollen und eine tür rein so jetzt bin ich fast sicher wenn ihr kein skelett durchschießt ähm dann könnte ich immer eben das eisen kommt dann hier rein so genauso wie das und der ganze kram hier und ach ja okay dann werde ich mal eben das fichtenholz ich muss das mal ausstellen und so vergleichmäßig oder so habe ich da gerade ein skelett gehört man macht mir keine angst so und dann haben wir noch wie heißt denn das dschungelholz und dann haben wir noch das helle holz guck wie das alles aussieht ich bin noch gar nicht hungrig dass das wundert mich so natürlich mal hier das helle holz sind das sieht ja gar nicht mal so schlecht jetzt aus ne finde ich das sieht aber schön aus für mein häuschen also das heißt ich war noch ein paar äh na ich glaube ich hatte es fichtenholz ja ich hab fichtenholz setzlinge so ich hab's dann werde ich mal eben hier ein paar hinpflanzen so das ist eine spinne und hier und das war's schon haben wir denn ein paar knochen bestimmt vielleicht sowas in der art ja zwei knochen und hier kann der stein rein genau ich hatte in der letzten episode den stein geholt den cobblestone und äh na so oh god okay die textur muss ich nochmal ändern ich hab die ein bisschen ähm das ist doch schon äh aber guck guck mal jetzt jetzt werden die blätter auch schöner das finde ich super und es wird morgen okay zeit für die arbeit das muss ich mal hier ein bisschen ne was tun und ich kann es kaum erwarten diese hopper dinger zu bekommen okay irgendwie machen die die blätter mich irgendwie ein bisschen schusselig hier hallo sieht irgendwie ein bisschen schräg aus ach ne na jetzt kann ich das schon wieder nicht hier schon wieder abhalten ich hasse sowas so und dann noch einmal die so dann werde ich jetzt mal eben ich brauche ja den den clean stone gravel was brauche ich denn noch ähm überleg 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 eigentlich brauche ich jede menge weiße wolle aber ich werde erst mal dafür dings nehmen sag schon dreck hier haben wir dreck okay und ähm ach guck mal hier das helle haus äh helle haus helle holze da bist du richtig blind von aber ist schon bessere textur als vorher also da ist glaube ich noch ein zeppling oder irre ich mich da gerade oh das ist ein holzstück ach da ist ein zeppling gewesen dann werde ich die zwei zepp mhm die zwei ähm setzlegen auch nochmal irgendwie hinpflanzen so und werde mich an das haus ran machen so ähm wie hatte ich das denn eigentlich geplant ich sollte hier anfangen vielleicht aber man weiß ja nie was noch vorne kommt ich werde jetzt erst einmal hier anfangen ich brauche sowieso Holz so ich tu mal die Fackel hier weg so und jetzt brauche ich nämlich ein Rechteck naja vielleicht doch ein bisschen weiter mehr zum zum Dreckshaus zum Dreckshaus 1,2,3,4,5 ich mach da gerade mal eben was frag mir nicht was also jetzt werde ich diesen blöden Slime erledigen das sag ich euch oh ich muss die äh Anzeige verändern ach da bist du da bist du so so dann haben wir schon mal Slime-Bälle und XP oh sind die nicht süß ich muss glaube ich mal ein Screenshot haben von denen so und Tschüss ah muss mich wieder umstellen ja hallo ah stirb lästigt mich doch nicht immer und du was machst du denn da unten ups hallo hallo oh Gott Angriff der Slimes hier stirbt die lachen mich auch noch so blöd an ihr solltet schon äh ihr ihr wisst schon dass ihr drinnen sterbt sterbt sterben werdet meine Güte jetzt habe ich es zur Arbeiterwahl los zack zack da habe ich noch ein Slime-Ball Slime-Ball ein Slime-Ball vergessen hier ist auch noch einer meine Güte wir haben schon 21 Slime-Bälle oh mein Gott ähm ok ich glaube das wird mal ein Markenzeichen dass ich oh mein Gott sage vier fünf oh man das Huhn hat mich voll abgelenkt fünf und dann hier wieder ich habe keinen Dreck mehr ich habe keinen Dreck mehr äh stirb oder hau ab ok ja 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 ich muss mal eben überlegen in der Zeit kann ich auch den Baum eben fällen also ja ich ne ich würde euch nicht verraten was für ein Design das wird oh man wieso müssen die immer so hoch sein das ist ja zum Kotzen ha und nein ich werde mir nicht den Timmermott reinlegen reinziehen reinziehen vor allem den Ding reinziehen ähm das wird dann weiße Wolle sein und mit dem oder soll ich damit Cleanstone machen äh 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 ne ich werde jetzt hier ok das wird jetzt so werden das ist ein Designerhaus so vielleicht man das ist ja wieder heute eine schlaue Folge du und dann werde ich mal eben hier schön schlafen gehen wir haben ja auch viel Platz genau meine Güte wenn das mal ein echtes Haus wäre Gott so Bettchen kommt hier rein Slime Balls und so weiter das ist hier mal wieder ein bisschen mehr Holz machen ok so ich brauche noch mehr noch mehr Dreck und das war's kein Dreck mehr da ich weiß jetzt auch nicht wie weit das da war äh ich werde jetzt einmal hier weitermachen aber inwieweit ich jetzt darüber hinaus war das weiß ich nicht 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 ähm Jenna Sepa yeah got a Skype Friend teaches me French I never had French ähm ich meine natürlich Französisch ich hatte nie Französisch ich war schon wieder im Englisch Warnium ich glaube es waren zwei so und ey wie kommt das Hühnchen dann darauf können wir das mal irgendjemand erzählen du denkst wo das ist jetzt dein Haus das kann sie sowas von abschminken die können doch da gar nicht hochfliegen guck mal die können nur einen Block hochfliegen das verstehe ich gar nicht das sind ganz ganz komische mysteriöse Hühnchen ähm das okay dann äh wie war das denn noch ich glaube hier an den Seiten zwei drei hoch und dann mache ich das hier oh ich habe das noch keine Ahnung von machen wir hier auch eins eins hier kommt noch ein Teppich rein nein Teppich kommt da unten rein richtig äh gute Frage nächste Frage ach wisst ihr was ich habe nicht wirklich eine Ahnung davon und ähm ich sollte mir ein paar Schafe besorgen ich brauche erstmal ein bisschen Weizen ähm ja Weizen und brauche jede Menge Steine noch Weiz Weiz Weizen hier also und eine Spitzhacke ach Spitzhacke ich wollte nein eine eine äh Gartenhacke sage ich jetzt einfach mal und ja was haben wir da drüben dann machen wir mal ein bisschen oh den Dreck mitnehmen so dann werden wir jetzt mal eben hier ein bisschen wieso die Hühner wieso parken die ich wollte parken sagen wie oh Gott ähm da werde ich hier mal eben ein bisschen Weizen anbauen friss mir das Weizen nicht weg guck mal der schläft der Slimy schläft und die Tintenfische die hängen in den Blöcken drinnen die haben Angst vor mir oh nein vor mir sollte keine Angst haben so ah 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 oh oh ja ihr wollt Seeds ne 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 die sind für mich ich könnte sowas von vergessen haut ab die sind für mich ok dann müsste ich jetzt einfach noch wir haben noch ein bisschen Knochenmehl dann werde ich da mal eben ein bisschen nachhelfen damit ich dann ein paar Schafe besorgen kann die ich irgendwo mal gesehen habe so ich glaube das sollte erst mal reichen oder soll man ach komm mach mal noch ein so und dann haben wir noch einmal Knochenmehl ach man hau ab guck mal das eine hängt im ok ok kommt rüber hier so du und du macht macht was ihr wollt ähm so haben wir jetzt so ja will ich mal eben das so machen ich glaube da vorne irgendwo das brauchen wir alles nicht ich glaube da waren ein paar Schafe ah da sehe ich ein Schaf da sehe ich ein Schaf ich glaube wenn ich das runterlocke stirbt hat hallo Schaf hallo da ist ein Schaf hey Schaf komm hier äh wenn das obere auch noch kommt bitte nicht sterben nicht sterben nicht ah ihr seid ja super mitkommen ähm passen wir beide in alle ins Haus rein kommt mal schön mit vielleicht kann ich euch hier einspüren das weiß ich nicht ich dir eigentlich ne eigentlich nicht naja kommt erstmal hier rein oh das war ja sehr clever von mir so und dann äh müsste ich das eigentlich irgendwie zubauen damit ihr nicht abhaut so nicht abhauen sagte ich so ach du hängst mit deinem Hintern da drin so hallo darf ich mal bitten eben danke dann machen wir das so ist das nicht super finde ich klasse ähm dann müsste ich mal ein paar Sachen machen scheren so und dann haben wir hier schon so und this one na los mach schon so und dann haben wir schon wieder fünf Wolle ähm diesmal machen wir das aber anders ach jetzt kann ich hier nicht hoch so jetzt aber den weg so na ha das war wohl nichts habts gesehen wollte es da hochspringen jetzt gehen wir mal eben hier rein so und wir sollten auch ein paar fackeln aufstellen und ich glaub das war's für die folge schon oh man das das macht ja sehr viel aus hier naja dann werde ich mal eben sagen äh wir sehen uns morgen wieder und falls ihr irgendwelche Ideen habt schreibt es bitte in die Kommentare und ja bitte vergesst das Abonnieren nicht aber das habt ihr bestimmt schon gemacht mhm und tschüss